Mäuseproblem Nummer 2. Mäuseproblem Nummer Kette. Da ist gerade eine Maus aus dem Rasenmäher rausgesprungen in die Werkstatt. Und ich habe vorhin wieder eine gesehen und Nils sucht gerade so schön. Und in der Werkstatt haben wir gerade was gesehen, deswegen machen wir die jetzt als nächstes. Schaut mal, diesen Haufen Erde am Boden, der war vorher nicht da. Nee. Und abgesehen davon ist es so mega warm. Ich bin fast schon geneigt, wieder meine Jacke auszuziehen und im Topf umzulaufen. So warm ist das. Es geht zwar wild, aber der ist auch warm. Sogar ich bin nur mit Pulli. Und da machen wir jetzt gerade noch die ganzen... Alles, was kaputt ist, tun wir gerade... Was? Dein Problem. Ein Schmetterling. Tun wir gerade verbrennen. Und dann schauen wir mal. Weil das haben... Das war die ganze Zeit beim Hühnerstall mit drin. Und... Wie ihr seht... Das ist schon komplett hinüber. Das ist... Ich habe es nur ein bisschen bewegt und schon war es kaputt. Seht ihr auch das... Ne? Das ist komplett durchfressen. Und dann räumen wir mal alles weg und machen Ordnung. Die Mäuse haben hier ganz schön was angerichtet. Das sind alles die Reste vom Mais, die die Mäuse übrig gelassen haben. Und die Hühner picken es gerade auf. Ihr räumt schön auf für uns, gell? Ich habe das Futter schon umgepackt, sozusagen, dass die Mäuse nochmal reinkommen. Das war der erste Futter, sagte mir die Kulte und dachten mir, ja, den stellen wir hier hin, bla bla bla. Und dann, ja, scheiße war es. Und jetzt räumen wir die Garage auf. Das ist sozusagen der letzte Raum. Ihr seht ja auch, wie es hier ausschaut. Es ist so schön warm. Zeigt man ungern, aber gehört auch dazu. Es ist halt Leben. Und jeder hat irgendwo eine Raum, wo es so ausschaut. Und wir beseitigen halt gerade die Räume. Ja, und die Küchen und die Hühner helfen uns dabei. Schaut euch das mal an. Das ist doch der Beton, der da aufgebröckelt wurde, oder? Keine Ahnung. Ne, das ist zu weich. Das kann ich zu bröseln. Aber ich meine, hallo, das ist so eins, zwei, fast drei Hände hoch. Krass. Schauen wir mal, wo das Loch ist. Weiß ich du? Nerven. Jetzt haben wir gerade einige schon raus. Fast alles, was du gesagt hast. Und Nila überprüft alles nach Mäusen. Die ist so intensiv am Suchen und am Schnuppern, dass die teilweise schon am Husten ist. So, wir haben entdeckt. Das sind Rattenköttel und nicht nur von Mäusen. Mäuse sind kleiner. Und schaut euch diesen Haufen an. Von da bis da. Die ganze Ecke. Ich frage mich, was das für ein Viech ist. Ja, frage ich mich auch. Nila, such. Such, mein Schatz. Such. Such. Such die Maus. Was macht ihr hier für ein Lade? Eine Stück Karte voll gemacht und die haben sogar unser Zeug noch eingebuddelt. Echt heftig. Das würde ich fast schon unter eine Plage einstufen. Ja. So ein bisschen. Sobald wir mit dem Raum halbwegs fertig sind, machen wir dann noch die Türen. Gescheit rund ist sicher. Und dann verteilen wir hier drin Gift. Weil so kann das nicht weitergehen. Ich meine, guckt euch das mal an. Hier. Das stimmt, das war eine ganze Zeit. Aber gut, ach das wäre. Das nächste, das nächste. Das Einzige, was die daran hindert, durch diese Löcher ins Haus zu kommen, sind die Fliesen im Klo. Ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die da innen drin Kanäle nach oben gemacht haben. Wir müssen auch die östlichen Mäste noch raus machen. Ach ja. Also noch welche. Und da ist auch noch... Der Küki streitet schon wieder mit Emi. Der ist ganz schön kampflustig. Das wird so ein Spaß, wenn der groß ist. Kampfküppi. Kleiner Terrorvogel. So. Wie ihr seht, sieht es jetzt schon mal besser aus. Dankeschön. Aber... Ich habe kein Problem mehr an. Yay. Das ist am 1. Januar. Das habe ich noch nie gehabt. Das hat hier. Und... Jetzt haben wir den scheiß Dreckhaufen mit langen Gartenschaufel ein. Diese Läuse... Also den Schrank tun wir dann wieder herrichten. Den tun wir dann da hinstellen. Und dann tun wir das Zeug da wieder rein. Und dann ist gut. Also der Dreck ist draußen. Es waren jetzt vier Schubkarren voll. Aber wir haben jetzt kein Loch gefunden oder sonst was, wo der Dreck herkommt. Also das war ja vorher schon. Als wir hier hergekommen sind. Und da war der Dreck. Aber... Wo kommt der her? Ich meine vier Schubkarren voll. Das muss irgendwo herkommen. Oh, was sind das? Sind das da Wespennester oder Hornnissen? Oder weil die sind so... Das glaube ich jetzt weniger. Also ich kann es mir jetzt nicht vorstellen. Aber irgendwas ist da drin. Hä? Schau mal. Aber es kann schon sein, dass das irgendwie sich Lespen oder Bienen da was baut hat. Seltsam. So. Es ist frei. Es ist sauber. Zumindest so weit, wie es möglich ist. In dem Sinne. Jetzt tun wir den ganzen Zeug da ein bisschen sortieren und rein. Und dann... Ja. Oh Mann. Und dann... Tun wir... Demnächst, wenn wieder schlimme Tage sind, dann... anfangen. Sobald wir die Lust haben. Mit den Löchern hier zumachen. Und diese Löcher hier zumachen. Und vor allem hier. Weil das hier ist ja anscheinend schon unterhüllt. Dann müssen wir uns das einfallen lassen. Irgendwie diesen Blitzbeton oder so. Oder... Keine Ahnung. Das sehen wir dann, wenn es so weit ist. So. Jetzt haben wir es geschafft. Da drin sieht es soweit ordentlich aus. Ja. So. Wesentlich weniger drin. Die Tür sieht da dran. Aber die Tür, da müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Weil die ist ja so zerfetzt. Die ist von alleine kaputt gegangen. Da müssen wir was anderes machen. Ja. Aber mit dem Material ist so alt wie das ist. Und hier haben wir jetzt die ganzen Balken und so vorübergehend hin. Weil den Hänger können wir eh nicht mehr fahren. Und wir müssen den erst ummelden, weil die deutsche Versicherung abgelaufen ist. Und den müssen wir jetzt umschreiben auf Ungarisch. Wie den Dacia halt auch. Genau. Und so lange können wir den eh nicht benutzen. Also nehmen wir den als Lagerstelle und tun den dann, sobald der ganze Müll da hinten weg ist, tun wir den dann nach hinten verfrachten. Und hier verbrennt das Holz. Schön sicher. Da kann nichts passieren. Amy. Jamie. Da attraktiert gerade die Ellie. So kann er sich gleich knicken. Was jetzt? Jamie. Ey. Jimmy. Arriba. Ab. Nein. Jimmy Pfui. Abhand dich. Gleich dich jetzt. Ey, ab jetzt. Pfui. Jetzt hab's ein D. Jetzt hat Nila gute Laune. Jetzt ist er wieder voll so. Der A piep. Er hat sich jetzt richtig in der Ellie verbissen. Da ist der Sonnenuntergang. Und da haben wir den Mond. Der ist den ganzen Tag schon hier. Der schöne Mond. Das sieht doch schön aus, oder? Heute kann man richtig die Grate erkennen. Na gut. Wir beenden jetzt mal das Video. Tun noch ein bisschen weiter aufräumen. Euch noch einen schönen Tag. Und denk dran, aber nicht vergessen. Bis dann.